Ich bin gerade am Stall angekommen, meine Pferde besuchen. Da erwische ich den Chinook, wie er mit seinem allerbesten Freund, dem Winnie, das ist der kleine Norweger in der Mitte, ganz heftig spielt, obwohl der Chinook seinen Easy Grazer anhat, den er, wie man sehen kann, mit großer Gelassenheit trägt. Es geht ihm richtig gut damit, kurzer Figurcheck, Bodycheck, er sieht super aus und gleich kommt noch ein Video, das möchte ich euch nicht vorenthalten, wo der Chinook mit diesem kleinen Winnie-To unheimlich viel Spaß hat, sich überhaupt nicht eingeschränkt fühlt und sich richtig toll amüsierend mit dem. Also der Easy Grazer schränkt die Pferde nicht ein, sie können toben, spielen, alles machen, was sie möchten, haben eine komplette Gestik im Gesicht, können alles machen, was sie auch ohne Easy Grazer machen können. Das ist Otis, mein großer. Und das ist der Winnie-To. Viel Spaß bei dem folgenden Video. Tschüss!